Ja, herzlich willkommen in der El Hombre Bar mit mir, Taibu, dem gelben Fettsack und mir, Akamau, dem grünen Geheimagent. Ich glaube, man kann Geheimagent-Sack. Man kann Geheimagent. Hast du auch so einen Bug hier? Ja, den hier. Damit das jetzt auch mal meine Zuschauer sehen können. Hier ist ein Schatten, ein Schatten, ein Schatten. Ja, ich habe einen Schatten, aber du auch. Was? Alter. Komm, wir greifen mal aufs Dumitze zu. Alter, ich habe 103.000. Ich mache jetzt erst mal Upgrades. Wie? Die 103.000. Dollar. Du hast über 100.000 Blatt? Ja. Standort? Alter, ich habe nur 18.919 Dollar. Ja, siehst du mal. Ich bin halt besser. Ja. Obwohl wir eine Mission zusammen gemacht haben. Ah, ich kann noch nichts bei Schaden machen. Munition. Ah, damit ich mir Munition tragen kann. Das ist natürlich hilfreich. Aha, aha, aha. Was ist aha? Ich habe ja gerade... Ich schaue mal gerade... Ich kann ja einstellen, wie unsere Leute hier so aussehen, ne? Ja. Weil ich ja der Host bin. Ja, und weiter? Ja, ich stelle das mal gerade ein. Ja, okay. Dann verstell du da mal. Das wären am Ende bestimmt voll die Freaks. Nein, gar nicht. Okay. Oh, ich kann jetzt auch schneller nachladen. Okay, Fahrzeuge... Ist jetzt zweimal den gleichen drin? Banden. Oh, ich habe jetzt so viele Upgrades gemacht. Ich habe die 103.000 verballert. Ich habe jetzt nur noch 9.900. Aha. Ich kann jetzt auch viel mehr Munition tragen. Aha. Was? Nein. Ey, du hast mich geschlagen. Ich war doch gerade in der... Nein. Ich will das abbrechen, abbrechen. Was? Hier geht es so ein Bingo. Wie cool. Na ja, mach du mal. Ich schaue mich hier ein bisschen in dem Gebäude um. Das gefällt mir. Mir nicht. Das ist alles voll runtergekommen. Irgendwie sind die Schattenbugs hier häufiger. Aber irgendwie du da hinten. Naja. Oder nee, warte, hier auch. Also irgendeine Lichtquelle hier drin sorgt anscheinend dafür. Tja, können ja mal vorkommen so. Aber ich will hier, dass die schön mit Musclecars rumfahren. Mit Musclecars? Uh. Ja. Warte mal. So, ja. Ich möchte das Domicil verlassen. Gut. Haben wir das auch eingestellt? Ähm. Also irgendwie verfolgt mich der Schattenbuck hier. Alter. Hast du gewonnen? Was gewonnen? Du hast mich gerade umgerannt. Was? Du hast gewonnen? Du hast hier. Ich hab Geld. Ich hab dein Geld aufgehoben. Alter. Alter. Wer soll ich sie auch mal diese Waffen holen? Äh. Ja. Wer, lassen wir es mal zum Waffen laden? Ich hol mal Garage. Ich hol mal eine Garage. Ich heb Geld ab. Das ist Geld abheben für Fortgeschrittene. Könnt ihr auch gerne mal bei eurer Sparkasse des Vertrauens probieren. Klappt bestimmt. Oh, den will ich haben. So, auf Domicil zu greifen. Garage. Oh Gott. Wie nehmen wir denn da? Ach ja. Mein schönes Auto. Zurückholen. Und welchen hast du? Oh fuck. Ernsthaft. Das ist mega cool. Okay. Wo haben wir denn hier einen Waffen laden? Ähm. Kann ich denn? Ja. Card. Ne, warte. Karte. Karte war hier. Warte. Da. Äh. Ach hier unten. So, so, so. Dann werden wir uns erstmal ausrüsten. Na gut. War plötzlich wird auf mich geballert. So, so was. Kurve. Ah, doch. Junge. Äh. Hast du mir jetzt einen Reifen zerstochen? Möglich. Ich habe Knie-Töter. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Du hast genug Reifen, dann macht das nichts. Was? Ich habe genug Reifen. Kann man das kaufen? Ja. Ja. Darum ist da dieses Kauf-Symbol, damit man das kaufen kann. Yeah, kaufen. Also ich habe gar keine Lust, hier selber rumzulaufen und die Sachen zu kaufen, aber wenn man gerade hier ist. Ja, warum nicht? Auslöscher verfügbar. Oh, das ist ein Raketenwerfer. Ach, das ist der Raketenwerfer, den die in der einen Videosequenz benutzt hatten. Na egal, ich kaufe einfach Munition, damit ich alles wieder voll habe. So. Einmal alles. Okay. Wo hast du denn die Fäuste her? Ja, eigentlich. Das ist ein Nahkampfhafen. Also wenn man hier auch... Kaufen und verbessern. Und das ist die Apokafaust. Die kann man auch nicht... Wo hast du die denn her? Ich meine, die ist aus einem DLC. Könnte das sein, dass ich das DLC nicht habe? Kann sein, aber ich dachte, du hättest ja auch diese Game of Seer hier geholt. Ich habe ziemlich viel DLCs, aber ich habe ja auch das Vampir-Ding gar nicht. Also das kann schon sein, dass du es nicht hast. Was war denn hier eigentlich? So, der Granatwerfer gefällt mir doch besser. Warum? Ja. Ach so. Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum bei der Funkfernsteuerung für die echten Autos eine Druckluftflasche dran ist. Aber damit verschießt er wahrscheinlich irgendwelche Dinger, die ich dann an die Autos klatschen kann. Oder Empfänger. Ja, ja. Äh, Geräte. Dem Gerät verschieße ich damit. Uh. Ne, aber dann bleibe ich lieber bei meinem Scharfschützengewehr. Im PS behalte ich auch so. Alter. Ich habe das Fahrzeug aus der Hölle. Ja. Ja. Wenn du denn mal aus der Tür dann gleich rausguckst. Ja, mache ich gleich. Ich mache gleich. Ich will nur gerade noch ein bisschen, äh. Ja. Bisschen Munition kaufen. Okay. Was kann man denn hier noch kaufen? Ah, einen Raketenwerfer könnte ich kaufen. Du hast so viel Geld, hast du? Nein. Also ich könnte ihn kaufen, wenn ich das Geld hätte. Uh. Hatte der gerade zwei... What? Sind das zwei Fernrohre hintereinander? Wirklich? Keine Ahnung. Mit dem einen guckt man ins andere. Ja, aber... Warum? Damit man weitergucken kann. Ist doch logisch. Aha. Wurfwaffen. Was gibt es denn hier? Uh, Elektroschaden. Ah. Oh, nice. Das will ich mal... Ja, ich möchte das. Ja, das kann jetzt noch etwas dauern. Ja, Entschuldigung. Oh, der Tag. Madame hat den Einkaufsladen entdeckt. Ja. Ah, wir können noch Klamotten kaufen gehen. Meist du, da gibt es was Neues? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Lass zum Einkaufsladen, wenn wir die nächsten Missionen so abgeschlossen haben. Vielleicht gibt es da noch etwas Neues. Oh, ich brauche auf jeden Fall neue Schuhe, die hier sind auch dauernd. Hier, guck, bleib in der Tür stehen und guck mich an. So. Äh, da stehst du nicht wirklich in der Tür. Ja. Jetzt mich angucken? Ja, 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 ich guck dich an. Nur wenn mein Charakter dich nicht anguckt, heißt das nicht, dass ich dich nicht sehe. Oh, es ruft mich an. Oh, ich kann es gerade nicht aktivieren. Ich habe gerade gesehen, die Luchadores kämpfen, die Leute, die zuerst, ohne einen Schmerz zu verbrechen haben. Ich wüsste, dass du die letzten zwei Sekunden hast, Bruder. Warum kann ich es gerade nicht aktivieren? Keine Ahnung. Oh, schade. Da konnte ich nochmal einsteigen, verdammt. Nimm noch deinen Wagen. Ich habe den angeglichen. Mach mit eh. So. Äh, jetzt habe ich hier... Alter, die Augen von deinem Panda bewegen sich. Ja, deswegen ja. Das Schwänzchen auch. Hä? Oh, cool. Ähm, ich habe... Was war denn das? Das ist einfach nur, man geht da hin, macht ein paar Wellen an Dingsbums platt und danach ist alles wie vorher. Das ist nichts Besonderes. Lass mal hier lieber Auftrag. Vandalismus. Ups, ich habe es abgebrochen. Ich war zu schnell. Ja, Vandalismus. Vorsicht, da ist ein Polizist. Vorname Wanda, Nachname Lismus. Eine Fenskompagnie. Eine Fenskompagnie wie eine Barriere, nicht Fenskompagnie wie eine Fenskompagnie wie eine Fenskompagnie. Du bist richtig, oder? Die Fenskompagnie, die sie macht, ist wirklich schlechte Nachrichten. Wenn du eine eher korrupte, sinistere Organisation machen würdest... Toll, mein Wanda-Mobil macht plappplappplappplappplapp. Woran das nur liegt. Du hast mich angepiekst. Achso. Habe ich das? Sag mal, wie kann ich hier eigentlich... Wie dachte, ich hätte dich aufgestochen. Oh, oh. Vorsicht hinter mir. Ja, was ist hinter dir? Ich versuche gerade die Steuerung nochmal herauszufinden. Ah, okay. Die Taste war's. Was zum Teufel ging da denn gerade ab? Da war gerade irgendwie so ein Betonwischer, der quer auf der Straße stand. Und versucht hat, dann rückwärts von der Brücke abzusetzen irgendwie. Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, woher der kam. Ich fahre jetzt einfach... Also irgendwie ist mein Radlager kaputt. Ah, das kann ja gar nicht sein. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich kann hier nicht mehr mitfahren. Wie, du kannst damit nicht fahren. Oh, das war böse. Das war richtig böse. Was hast du gemacht? Ich bin gerade... Ich habe keine Abkürzung genommen und bin dann von der höheren Straße auf eine niedrigere Straße gefallen. Der Wagen war die ganze Zeit in Waage und hat einfach mal so eine Person platt gemacht, die da unten stand.